Ja, bevor wir einsteigen hier in den Text, hat mich unser Bruder Jonas auf eine Sache aufmerksam gemacht, die ihm beim Bibelstudium beziehungsweise in einer Predigt aufgefallen ist, die ihn begeistert hat. Und ich wusste das auch nicht. Ich habe es eben auch nochmal kurz nachrecherchiert. Also es scheint wirklich so zu sein. Ganz genau weiß man es natürlich nicht, weil wir nur das hier haben, was hier steht. In Johannes 19, da steht, dass Jesus in Johannes 19, Vers 17, sein Kreuz trug an die Schädelstätte nach Golgatha, wo sie ihn kreuzigten. Und dann steht in Vers 19, Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazareer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Es blieb also dort stehen, dass auf Lateinisch, Griechisch, aber zuerst wird hier auch gesagt Hebräisch. Und das, was Jonas gelesen hat oder gehört hat, ist, was wohl wahrscheinlich ist, dass die hebräische Form dieses Satzes oder dieses Titels, Jesus, der Nazareer, der König der Juden, mit den hebräischen Buchstaben, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich es richtig ausspreche, und zwar mit den hebräischen Buchstaben, Jota, Oje, Peter, du musst mir helfen, du hast doch Hebräisch gehabt, oder? J-H-W-H, also das Tetragramm, das für den Gottesnamen Jahwe steht, sind die Anfangsbuchstaben dieser vier Worte, die hier stehen. Ob das jetzt, es ist wahrscheinlich nicht, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand tatsächlich diese, nur diese vier Buchstaben dahin geschrieben hat, aber wenn es so ausgeschrieben war, hebräisch, dann war es auf jeden Fall irgendwo sichtbar, dass Jesus, ja, dass hier, dass hier Jahwe sozusagen drin stand, mit im Titel. Und die, die, die Aufregung der hohen Priester mag vielleicht nicht nur bezogen sein auf die, die, die Verkündigung dessen, dass er der König der Juden gewesen ist, sondern auch aufgrund dieses, des Gottesnamens, der hier verborgen ist. Und Pilatus ließ sich nicht umstimmen, er ließ sich das nicht nehmen, das so zu schreiben, wie er das angeordnet hatte. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob Pilatus darauf aufmerksam gemacht wurde und das vielleicht gerade trotzdem gemacht hat, um den Gott der Juden zu verhöhnen. Was auch immer. Jedenfalls ist es so, dass Gott in Christus war, so sagt Paulus das. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das steht fest. Gott selbst ist in Christus ans Kreuz gegangen, um für unsere Sünde zu sterben. Und das ist die Wahrheit. Ja, lass uns gehen in das zweite Buch Mose. Kapitel 33 sind wir. Kapitel Wir haben vom Sündenfall gelesen, vom Sündenfall Israels. Wir haben gelesen von Gottes Zorn über sein Volk, das den Bund gebrochen hat. Wir haben von dem Symbol dieses Bundesbruches gelesen, wie Mose die Steintafeln mit den Worten des Bundes zerbrochen hat. Wir haben gelesen von Moses Fürbitte für das Volk Israel, sein Eintreten für das Volk Israel. Wir haben davon gelesen, dass Gott das Eintreten für sein Volk von Mose angenommen hat, dass er das Volk nicht vernichtet hat. Gott hat am Anfang gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben. Und doch ist Gott von Anfang an gnädig mit der gefallenen Menschheit. Er hat Adam und Eva nicht sofort ausgelöscht in dem Moment, wo sie gesündigt haben, sondern er hat ihnen Zeit gegeben, Zeit zur Buße. Obwohl sie nicht bußfertig waren, hat er ihnen dennoch Gnade geschenkt, in ihrer Scham, in ihrer Schande, in diesem Gefühl nackt zu sein und bloß und sich zu schämen, hat er sie bekleidet mit Fällen. Aber er hat sie aus seiner Gegenwart verbannt. Sie konnten nicht in der Gegenwart des Heiligen Gottes bleiben. Und darum wird es auch heute gehen jetzt. Gott ist dem Volk Israel gnädig gewesen, auf die Fürbitte Moses hin und Mose geht sogar so weit, dass er im Grunde wie Christus bereit ist, sein eigenes Leben einzusetzen, sein eigenes Heil einzusetzen für das Volk. Und jetzt geht es hier weiter in Kapitel 33. Mose ist wieder auf den Berg gestiegen, um mit Gott zu sprechen. Und hier heißt es jetzt in Kapitel 33, Vers 1, und der Herr redete zu Mose, geh, ziehe von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden und die Kanainiter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Weg vernichte. Was sagt Gott hier? Erstmal fällt auf, dass er wieder sagt, Mose, geh, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast. Er hat dem Volk vergeben, aber diese Versöhnung ist noch nicht vollständig. Sie ist noch nicht vollkommen. Da ist immer noch eine Trennung zwischen diesem halsstarrigen Volk, zwischen diesem Volk, was unbußfertig ist. Wir haben gesehen, sie haben nicht Buße getan. Mose hat gerufen, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Und es sind nur die Söhne Levi gekommen. Ein halsstarriges Volk. Gott sagt, mit diesem Volk will ich nichts zu tun haben. Das ist nicht mein Volk, das ist dein Volk, Mose. Du hast es rausgeführt. Wir haben aber auch gesehen, dass es ein Stück Prüfung ist, so wie Gott hier redet. Es ist eine Prüfung für Mose, es ist eine Prüfung auch für das Volk. Das werden wir sehen heute. Manchmal ist es so, dass Gott sich tatsächlich, dass Gott tatsächlich prüft. Ich muss an die Geschichte von von ja, wir haben von dieser Geschichte, ich glaube davon hatte ich schon geredet, von der Geschichte von dieser Kananiterin, wo Jesus sagt, ich bin nur zu der verlorenen Herde Israels, zu den verlorenen Schafen Israels geschickt worden. Er hört überhaupt nicht auf das Flehen dieser Frau. Er macht sich völlig hart. Er sagt, die Hunde sollen doch nicht das Brot kriegen und den Kindern soll es doch nicht weggenommen werden. Aber sie bleibt beharrlich und sagt, Herr, aber die Hunde kriegen doch die Krumen. Du hast Recht, in allem hast du Recht, Herr. Aber sei doch barmherzig, sei doch gnädig. Und damit erreicht er, erweicht sie Jesus Herz. Ich musste auch denken an Petrus, als Hananias und Safira die Gemeinde betrogen haben, mehr vorgespielt haben, als eigentlich an Substanz da war, geistlicher Substanz. haben sie Hananias kam und er ist tot umgefallen. Kurze Zeit später kam seine Frau. Was sagt Petrus zu ihr? Er sagt, habt ihr wirklich das Feld für diesen und diesen Preis verkauft? Also das ganze Geld habt ihr der Gemeinde gegeben? Er fragt sie nochmal. Er prüft sie nochmal. Als ob er es nicht wüsste. Und sie sagt, ja, natürlich, klar. Sie besteht die Prüfung nicht. Auch hier prüft Gott Mose und das Volk, indem er hart ist, hart bleibt und sagt, geht ihr Mann? Und das ist eigentlich der Hintergrund dieser Rede hier. Der Hintergrund ist, dass Gott ihnen sagt, ich kann mit euch keine Gemeinschaft haben. Er sagt, ja, ich stehe zu meinem Schwur, ich stehe zu dem, was ich versprochen habe, das gebe ich euch auch. Denn ich habe es Abraham, Isaac und Jakob versprochen, ich werde es auch halten. Wie sagt Paulus das? Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Was heißt das? Obwohl wir es vergeigt haben, obwohl wir als gläubige Kinder Gottes Gott ungehorsam gewesen sind, obwohl wir gesündigt haben, bleibt er seinen Versprechen treu, erhält sein versprechen. Und er hat versprochen, diese Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, sie sollen das Land Israel, das Land Kanan, sie sollen es bekommen, sie sollen dort leben, dort wo sie jetzt heute leben. Das ist krass. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. das ist nicht einfach irgendein Märchen, das ist Geschichte und das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der uns Menschen geschaffen hat und der das durchführt, das tut, was er sagt, was er versprochen hat, das hält er. Obwohl sie nicht ihm vertraut haben, obwohl sie ihm nicht geglaubt haben, obwohl sie immer andere Wege gegangen sind, ein halsstärriges Volk. Er hat ihnen das Land verheißen und er sendet einen Engel, es ist nicht der Engel seiner Gegenwart, es ist nicht der Engel des Herrn, es ist nicht er persönlich, der in ihrer Mitte wandelt, so wie er es eigentlich geplant hat, so wie er es Mose gesagt hat auf dem Berg, ja, ihr sollt ein Heiligtum bauen und ich werde in eurer Mitte durch die Gegend ziehen und sagt, nee, da wird nichts draus, ich kann nicht in eurer Mitte sein, ich schicke einen Engel, der wird euch behüten, der wird euch beschützen und der wird auch diese Völker vor euch vertreiben. Aber dann sagt er, wie gesagt, ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Das klingt hart, oder? Das klingt hart. Ich werde nicht mit euch hinaufziehen. Und er nennt zwei Begründungen oder zwei Begründungen, die miteinander verbunden sind. Das eine ist, du bist ein heilsstarkes Volk. Du bist stolz und unbußfertig. Wie gesagt, es ist kaum einer, nur ein Zwölftel, wenn du so willst. Das Volk ist es umgekehrt. Immer noch nicht demütig genug sich zu beugen vor Gott. Immer noch stolz. Aber Gott zeigt auch seine Barmherzigkeit. In dieser Härte steckt auch Barmherzigkeit, Geschwister. Er sagt nämlich, ich werde nicht mit euch in eurer Mitte sein und mit euch ziehen, weil ihr so verkommen seid. Denn wenn ich es tun würde, würde ganz schnell eine Situation entstehen, wo ich euch alle vernichte, weil ihr nicht rein seid. Der heilige Gott kann nicht mit diesem unheiligen, mit diesem sündigen Volk zusammen gehen, weil sie sonst vernichtet werden würden. Als das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk, zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Nun lege deinen Schmuck von dir ab und ich werde zusehen, was ich für dich tun kann. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Ich finde das interessant, im Deutschen ist es halt tatsächlich dieses Wort halsstarrig, einen starren Hals zu haben, einen unbeweglichen Hals. Das ist jetzt nicht so ein schiefer Hals, den du nicht bewegst, sondern so ein richtig hartes Genick sozusagen, wo du nicht bereit bist, deinen Hals zu beugen. Nein, du hältst deinen Hals hoch, deinen Kopf hoch erhoben. Und wo hängt denn der Schmuck meistens? Hier, um den Hals. Und er ist besonders schön sichtbar, wenn der Kopf schön erhoben ist. Dann ist er besonders gut sichtbar. Oder er hängt hier am Kopf, an den Ohren. Und Gott sagt, nimm deinen Schmuck ab. Das, wo du dich in deinem Stolz auch noch schön machst, wo du dich auch noch schmückst mit. Und das ist es ja. Das, worauf wir stolz sind, das ist unser Schmuck. Der Schmuck für unsere Seele. Das ist unser Wert. Wir sind stolz. Und das drückt aus, was uns wertvoll ist und was uns wertvoll macht. Was wir denken, was uns wertvoll macht. Und Gott sagt, leg das ab. All das, wo du dir selbst Wert beilegst, wo du dich selbst wertvoll machst und wo du nicht bereit bist anzuerkennen, dass du eben unwürdig bist. Wo du nicht bereit bist, deine Sünde zu bekennen. Gott sagt, nimm deinen Schmuck ab, dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Aber anders geht es nicht. Wenn du nicht bereit bist, deinen eigenen Stolz zu kreuzigen, das, worauf du stolz bist, wo du dir selbst auf die Stoltern klopfst. Und das kann alles mögliche sein, das können richtig bescheuerte Dinge sein, wie dein Reichtum, dass du aus so einer reichen, edlen Familie stammst, dass du vielleicht so intelligent bist, oder dass du alles so gut durchschaust, dass du so ein wunderbares Gespür für alles hast. Keiner kann dir was vormachen. Du hast es drauf. Du durchschaust sie alle. Oder vielleicht ist es irgendeine besondere Fähigkeit, eine besondere Begabung, wo du dir selbst innerlich auf die Schulter klopfst und sagst, haha, das macht mich wertvoll. Das ist für mich wertvoll. Das macht mich wertvoll. Vielleicht ist es aber auch Erkenntnisse, die Möglichkeit, die Fähigkeit zu Erkenntnissen, sei es nun weltlicher Natur oder sei es sogar geistlicher Natur. Da sind wir dann irgendwann an dem Punkt, wo Paulus war. Ich bin untadelig vor dem Gesetz. Keiner kann mich tadeln. Und es war so. Keiner konnte ihn tadeln. Niemand konnte ihm irgendwas. Alle haben gesagt, der Paulus, der ist allererste Sahne. Wenn die Pharisäer ein Beispiel gesucht haben, die haben dann Paulus zitiert und gesagt, guck mal, hier, der junge Mann, schau dir den an. Dem musst du nacheifern. So einen Eifer, wie der für Gott hat. So gut, wie der die Schriften kennt. Keiner kommt ran an ihn. Und wisst ihr, was Paulus dann gesagt hat? Ist alles Dreck. Ist alles Mist. Alles, was mir Gewinn war, habe habe ich um Christi Willen, um meines Königs Willen in die Tonne getreten. Wisst ihr, und hier geht es genau um diesen Punkt. Es geht darum, dass Gott ihnen anbietet, mehr oder weniger, bietet er ihnen an. Okay, ihr könnt alle die Segnungen, die ich euch versprochen habe, die könnt ihr haben. Ich werde sie euch geben. Aber ich selber, nee. Und wisst ihr, hier entsteht eine Bußbewegung. Hier entsteht tatsächlich Umkehr. Nein, die Schätze, die bedeuten uns nichts. Das Gold bedeutet uns nicht. Wisst ihr, mit dem Gold haben sie doch ihren Götzen gemacht. Weil sie haben es jetzt abgelegt. Und haben gesagt, wir wollen nicht nur die Segnungen. Wir wollen nicht, das ist nicht das, was uns wirklich was bedeutet. Nein, es macht uns traurig. Dass du uns sagst, dass du uns die Segnungen geben willst, es macht uns traurig. Warum? Weil du nicht dabei bist, Gott. Wir wollen nicht die Segnung, wir wollen dich. Sie trauern, aber es ist eine gute Trauer. Lass uns das mal lesen in 2. Korinther 7. 2. Korinther 7. Und zwar Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch geräut hat, so sehe ich, jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Also was sagt Paulus? Paulus sagt, ich bereue nicht, dass ich euch durch meinen Brief traurig gemacht habe. Und dann sagt er, es hat mich geräut. Wisst ihr, die Situation war sicherlich die, als Paulus den Brief geschrieben hat, wir sind nicht ganz sicher, ob es um den ersten Brief geht oder ob es vielleicht noch um einen weiteren Brief geht. den er den Korinthern geschrieben hat. Auf jeden Fall ist es so, dass er in dem Moment wahrscheinlich schon, als er den Brief geschrieben hat und ihn losgeschickt hat, innerlich gedacht hat, oh Jesus. Er wollte nicht so einen Brief schreiben. Ein Brief, der rüttelt, der schüttelt. Wisst ihr, dass Gott dem Volk Israel sagt, ich will nicht mit euch ziehen. Wie gesagt, im ersten Moment klingt das einfach nur hart. Aber so wie Josef, der Bruder von seinen elf Brüdern, er hat seinen elf Brüdern auch hart geantwortet und hat gesagt, ihr seid Spione. Und dann ging er in den Nebenraum und weinte. Und für Paulus ist es genauso. Er sagt, ich habe es bereut. Ich habe gedacht, oh nein, hätte ich bloß diesen Brief nicht geschrieben. Das ist so heftig. Ich muss hier so harte Geschütze auffahren. Aber jetzt im Nachhinein, wo er Nachricht von Titus bekommen hat, wie der Brief aufgenommen wurde und wie die Situation in Korinth sich weiterentwickelt hat, ist er froh darüber. Er sagt, ich bereue nicht, dass ich euch traurig gemacht habe. Es war gut. Jetzt freue ich mich, Vers 9, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Es geht mir nicht darum, dass ich mich freue, dass ich jemanden traurig mache, sondern, dass jemand zur Buße hin betrübt wurde. Das ist ein großer Unterschied. Gott freut sich nicht darüber, dass sie jetzt weinen und klagen, sondern er freut sich darüber, darüber, dass sie ihren Schmuck ablegen, dass sie ihren Hals beugen, ihren harten, starren Hals, dass ihr Herz ihm wieder ähnlicher wird, weich, demütig, dass ihr Herz wieder erfüllt wird mit Liebe, mit echter, wahrer Liebe, der es eben nicht um die Segnungen, die sichtbaren Segnungen, die vergänglichen Segnungen geht, sondern um die unvergängliche Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, ihrem Schöpfer, ihrem Herrn, ihrem Vater, ihrem Erlöser. Deswegen sagt Paulus, das freut mich auch, denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also andere traurig machen, das ist hier nicht, irgendwie wird hier nicht gerechtfertigt. Paulus sagt, es gibt eine Art und Weise Menschen zu betrügen, die ist heftig und die ist verderben bringend, die ist verderblich, das ist weltlich und wenn man anfängt, jemanden traurig zu machen, da sollte man sich sicher sein, dass es in Gottes Weise ist, auf Gottes Weise ist. Und Paulus sagt, selbst da, wo es geschehen ist, auf Gottes Weise, nämlich in der Weise, dass hier Buße bewirkt wurde, hat es mir trotzdem wehgetan. Das war nicht einfach. Aber das Ziel ist, dass es heil erreicht wird, über Buße, über Umkehr. Denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt, sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung, in allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid und so weiter und so weiter. Wir gehen in einen anderen Brief, Hebräer 12. Die Betrübnis kann nicht nur, oder es gibt nicht nur gute und schlechte Betrübnis dadurch, dass die Motivation und die Zielrichtung dessen, der betrübt rein oder unrein ist, sondern es geht auch um denjenigen, bei dem es ankommt. Man kann in Gottes Sinne betrübt werden und trotzdem eine falsche Betrübnis in sich haben. So sagt der Hebräerbrief, das hier in Kapitel 12. Vers 16 Achtet darauf, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Er war furchtbar traurig darüber, dass er den Segen verloren hat. Aber er fand in sich keinen Umkehr, keine Buße zu Gott hin. Denn er wollte den Segen erben, aber nicht den, der segnet. Wir gehen zurück zu 2. Mose 33. Da steht jetzt was Wunderbares in Vers 7. Mose nun nahm jeweils das Zelt oder nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich. oder man kann auch übersetzen für ihn und nannte es Zelt der Begegnung. Das ist jetzt interessant. Geht es darum, um dieses Zelt, um diese Hütte, die Gott Mose gezeigt hat? Hat Mose sie jetzt einfach dort aufgebaut? Geht es hier um etwas, was vielleicht nicht chronologisch eingeordnet ist, sondern etwas, was sozusagen außerhalb der Chronologie ist, etwas, was erst später kommt? Ich glaube, dass es in dieser Zusammenhang tatsächlich etwas, ein eigenes Zelt ist, was Mose aufbaut. Ein Zelt der Begegnung, ein Ort außerhalb des Lagers. Warum außerhalb des Lagers? Weil Gott gesagt hat, ich kann nicht mit euch Gemeinschaft haben. Ich kann nicht in eurer Mitte sein. Deswegen hat Mose sich gedacht, ich mache ein kleines Zelt außerhalb des Lagers, wo ich hingehe, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich ziehe mich zurück und zwar nicht innerhalb des Volkes, sondern außerhalb. Ich gehe hinaus aus dem Volk, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, weil während ich im Volk bin, in diesem unheiligen Volk, kann ich mit Gott nicht diese Gemeinschaft haben. Ich muss außerhalb des Lagers sein. Ich muss nach draußen gehen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich muss mich trennen von der Welt und dem Getriebe, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ich kann es nicht mittendrin tun. Ich muss das Zelt draußen aufschlagen. Ich fand es interessant, diesen Gedanken außerhalb des Lagers nochmal nachzugehen, weil es eigentlich der Ort ist, wo der Müll ist, die Müllkippe außerhalb des Lagers außerhalb des Lagers ist das Klo. Außerhalb des Lagers leben die Aussätzigen. Außerhalb des Lagers wird die Todesstrafe vollzogen. Alles Sachen, die ich aus dem Gesetz heraus gefiltert habe. Könnt ihr selber mal nachlesen und forschen, was alles außerhalb des Lagers stattfand. Außerhalb des Lagers wurden auch die Heiden untergebracht, als Rahab und ihre Familie gerettet wurde beim Sturm auf Jericho, wurden sie nicht im Lager in Israel untergebracht, sondern außerhalb des Lagers. Aber es gab auch reine Orte außerhalb des Lagers. Dort wurde die Asche der roten Kuh hingeschüttet. Was auch immer das ist, das werden wir noch hinkommen irgendwann, wenn Gott es zulässt. Dann wissen wir, was die rote Kuh ist. Aber da steht tatsächlich, dass es auch reine Orte außerhalb des Lagers gab. Also es war jetzt nicht ein Ort wie zum Beispiel die Müllkippe. Der Gedanke, dass außerhalb des Lagers eigentlich ein Ort der Schande ist. Es wird aufgegriffen in Hebräer 13. Da wird einer dieser Beispiele, die ich gerade genannt habe, auch aufgegriffen. Da werden nämlich bestimmte Reste vom Opfer entsorgt, außerhalb des Lagers. Hebräer 13. Und da heißt es dann, Hebräer 13 Vers 11. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester für Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Und jetzt die Schlussfolgerung, deshalb lasst uns zu ihm hinaus gehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach teilen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Moses hinaus gegangen, aus dem Lager hinaus, um in das Zelt der Begegnung zu gehen, um Gott zu begegnen, um mit ihm zu sprechen. Und Gott hat zu ihm gesprochen, mit ihm die Gemeinschaft gepflegt, dort im Zelt außerhalb des Lagers. Und dann steht hier in Vers 7 in Kapitel 33 2. Mose und es geschah jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Also dieses Zelt war nicht etwas, was Mose nur für sich gepachtet hatte, sondern es war tatsächlich offen für jeden, der den Herrn suchte. So, wie es hier im Hebräer steht, lasst uns zu ihm hinausgehen, zu Jesus hinausgehen und seine Schmach teilen. Und das ist es, wenn wir das Abendmahl nehmen, wir bekennen uns zu Jesus dem Gekreuzigten, zu dem, der in dieser Welt nichts geachtet wurde, zu dem, der verhöhnt und verspottet wurde als König der Juden, als König ohne Land, als König ohne Macht. Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und er hat keinen Widerstand geleistet. Sein Widerstand bestand darin, dass er geliebt hat, bis zum Ende. Und dass er Gott treu geblieben ist, bis zum Ende. Und wenn wir sozusagen außerhalb des Lagers gehen, wir stellen uns zu Christus, so sagt Jesus. Wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater bekennen. Wir bekennen uns zu Jesus, wenn wir das Abendmahl nehmen. Wir sagen, ja, ich bin auch einer von denen, die zu Jesus von Nazareth, dem König der Juden gehören. Und ja, ich bin bereit, auch Schande und Spott auf mich zu nehmen, wenn es bedeutet, zu Jesus zu gehören, vor der Welt verspottet zu werden. Dann brauchst du nur das Fernsehen anzumachen, dann brauchst du nur irgendwie in die Medien hinein zu schalten, dann brauchst du nur irgendwelche Filme anzugucken, wo sich über Jesus und die Jesusanhänger lustig gemacht wird. da da kriegst du genug Fett weg. Oder in deinem Kollegenkreis oder in deiner Nachbarschaft oder was weiß ich. Wenn du dich allerdings nicht zu Jesus bekennst, dann kannst du dich schön davor drücken. Und wenn du es getan hast wie Petrus, dann ist heute hier ein Ort, eine Möglichkeit umzukehren, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten, dich reinigen zu lassen von der Sünde und dich nicht zu dem zu stellen, der dich geliebt hat und sich selbst für dich hingegeben hat. Du kannst deinen Schmuck abnehmen und hier zum Tisch kommen und dich reinigen lassen durch das Blut, was er vergossen hat. Du kannst außerhalb des Lagers gehen, außerhalb dessen, was der Mainstream hier ist heute und kannst die Gemeinschaft mit ihm suchen. Er hat den Vorhang zerrissen. Er gibt dir und mir Zugang zu ihm trotz unserer Sünde. Er vergibt uns, er reinigt uns von aller Sünde und ja das wunderbare ist, dass wir dann im weiteren Verlauf der Geschichte sehen werden, dass Gott ja sehr wohl sein Zelt dann mitten unter dem Volk Israel aufschlagen lassen wird. Er bleibt nicht zornig, sondern er ist gnädig und barmherzig. Das wird er schon im nächsten Kapitel Mose offenbaren, dass das sein Wesen sein Charakter ist. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langmütig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist unser Gott. Aber wir werden es nicht erleben, wenn wir halsstarrig bleiben. Wir werden es auch nicht erleben, wenn wir nicht hinausgehen außerhalb des Lagers, um die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. So lasst uns jetzt das Mal feiern zusammen. Amen.